Alles wird... alles wird gut laufen. Ach, ein MG, ja... Nee, kein MG, oh, Sylvain! So, ein Pameron? War das denn gerade, warte ich gerade? Ich muss mich kurz ein bisschen heilen. In die Richtung, Mistil! In die Richtung! Los! Hauwärts! Kein da! Los! Los, da rein! Oh, die rollen sich ja! Oh, ist der Turnier, Leute! Oh, ich konnte ihn gerade noch greifen! Hm... Hm... Oh! Firing out! Hostile sighted! Better dead than red! It's... ... ... ... ... ... ... ... ... Hallo? Wooh! Hm, das sind normale Leute, die springen ja bis. Da ist doch mal was. Oh Gott, nicht so wie das! Oh, hey, na? Gehen wir in die Richtung, was? Da ist schon. Hallo? Ähm, ist das Männer oder Frauen? Kann ich auf jeden Fall nicht rein. Das ist Frauen, da kann ich aber auch nicht rein. Oh, Minenfeld. Okay. Haben die sich gerade selber weggespielt? Was? Was? Ähm. Hm. Okay. Ich will überklittern. We got a desecration of American soil here! Oh ja! Ein Armwunder! Das find ich ja... Das find ich ja... Weil, weil das die Armee ist. Ich verstehe. So. So. Bleib mal bei mir, Leute. So. Gibt's den Taler? Ah, okay. Da hätte man die Minen umgehen können, wenn man von der anderen Seite gekommen wäre, ne? Ohja! Uuuuuiuiuiui! Könnt ich da noch? Ah ja. Wo sind Zombies? Muss ich da rein gehen? Das ist nicht gut. Ich bin die ganze Beschosse. Ja jetzt gehen wir gleich durch, ne? Was? 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 Das wäre schön, das Minofeld ist geholfen. Oh. Was war das denn? Das hat ein Marketenwerker? Was? Können wir hier rein? Hm, schade. Ich dachte hier wäre ein Geheimgang oder so. Äh, ich hab ne Idee. Die, die sind hier. Oh. Was ist ein Schade? Ich hatte den Schade. Sie sind ja gut, nicht wahr? Der Einer ist weg. Nein, ich habe ihn nicht erwischt, den Sack. Hä? Geht's da über Hass? Geht's noch ab. So. Hui. So. Hier und jetzt einmal. Ja. Also, äh, hä? Ja, hier. Na komm. Boah. Boah. Schade. Nein, nein, nein. Oh, ein Scharfschütze, das ist nicht gut. Sie haben einen Scharfschütze, oh Mann, dieser Scharfschütze. Oh Gott. Es war so einfach bis hierher. Das kann doch nicht wahr sein. Juhu. Oh Gott. Oh Gott. Sir, holy shit, sir! Of course they've got grenades, Tim! Oh Gott. So, dann haben wir jetzt ein paar Zombies erweilen, okay. Das ist der Schafschütze. Das ist der Schafschütze. Okay, okay. Schau, jemand, schau. So, jetzt echt. Oh, toll. Ich sehe die da irgendwie durch. Oh, komm. Du schießt doch. Oh, das war ein Zombie. Oh, okay. Oh, okay. So, sehr gut. So, sehr gut. Da haben wir den Schafschütz mal. Oh, okay. Oh, okay. Schafschütze. Oh, okay. Und ich bin ein Zombie-Sympathesant. Bevor sich Min? Auf jeden Fall Aaaaaaah Kann er nicht mehr überhüpfen? oh doch das geht was zum ach der Typ da oben so wollte ich das nicht ich gehe durch ach der Scharfschütze das ist kein Scharfschütze das ist ein anderer Schütze oh das ist nicht gut oh wieso ah der hat wieder geschossen nein nicht schon wieder hier hier waren wir doch schon ich will nicht den ganzen Weg ich kann das auch in Deckung das ist ein Scharfschütze die Deckung die Deckung ach ist die Mine ich kann das fressen Krimine sind echt fiese, hier sind wir immer gegen so ein bisschen. Okay, wir gehen hier in Deckung, weißen uns in ABA, was war das jetzt, weißen uns in ABA, wir klappen uns einen von denen da, aber da kann ich nicht durch, okay. So, das war ein Problem. Okay, sehr schön, ich kann dir auch frei räumen mit dir. So, mal so. So, das ist ein bisschen nicht. Wo ist der Arter hin? Oh, dieser blöde Scharfschütze da oben. Da hin, ein paar Minen sind weg. Nein, warum hab ich nicht retorfen? So, jetzt aber. Nein. Nein. Der richtig hässliche, dumme Aussehende, das war ich. Ja, ich habe ihn getroffen. Ja. 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 Wie ist er? Ich verstehe, jetzt, jetzt, nein. So, der sah aus wie ich. Hey, was war das denn schon wieder? Ah, das ist noch Minenfeld, okay. Kommen die zu mir oder ist er freundlich? Was war das denn? Wow. Doodlebee, dry cleaners, okay. Wo ist jetzt ein Raffidwerfertyp? Der Raffidwerfertyp sitzt da im Geschäft, okay. Welche Erinnerung? Das ist nicht ein Mensch! Der Raffidwerfertyp! Der Raffidwerfertyp! Der Raffidwerfertyp! Der Raffidwerfertyp! Der Raffidwerfertyp! Ich versuche mich nochmal durchzuschleichen. Der Raffidwerfertyp! Der Raffidwerfertyp! Der Raffidwerfertyp! Der Raffidwerfertyp! Oh, ich traf so schlecht. Nein, die Miene. Ich dachte, ich bin wieder rausgelaufen. Ups. Tja, wieso? Erwischtest du mir ihn mit dem Explodieren, hm? Ja, komm rein. So, jetzt warten wir noch kurz. Oh, speichern. Oh. Oh! Wenn du jetzt meinen Arm hast, dann geht's ja. Los! Mach die Monster, meine Mauer kaputt. Oh! Los! Los! Mach die Mauer kaputt. Du bist meine letzte Hoffnung. Speichern, jawohl. Ähm. Hm. Was soll ich denn aufgeben? Ich bin ein Zombie. Da. Da. Da kommt mal rein. Ja, Mann, wenn ich das gewusst hätte ich vorher. Wie kommt man zu mir hoch? Ach, Mann. Oh. Oh. Oh, ein Auto ist auch nicht schlecht. Gut, da. Dann fehlen Werfertyp ist weg. Wie ist die Chaosstoffe? Nein. Nein, 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 nein. Was soll ich denn aufnehmen? Oh, oh. Oh, oh, oh! Oh! Oh, 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 oh. Oh, was macht die Tür hier auf? Hä? Ist schon einer da oben? Ah, ich brauche ihn. So, ah ja, jetzt. Gut, der Raketenwerfer hat das nicht geschafft, aber die Zombies schaffen es. Aber wir fahren besser.